Wenn jetzt Mbappé kommt, Junge, gegen Gleitband springt, let's go again rein, erster roter Playpick. Yo, Bratkos, was geht ab und willkommen zu einem neuen Spezial-Pack-Opening an krassen Orten. Heute ziehen wir meine WL-Rewards im Kino. Ganz, ganz, Bilderangelegenheit. Heute gucken wir im Kino, für alle, die es interessiert, Rheingold, den Film von Qatar und danach wahrscheinlich Halloween. Heute gibt es zwei Filme im Preis von einem. Einfach mal ein bisschen danach reingehen in den anderen Filmen. Hä, was, ich habe nichts gesagt, Bruder. Es wird ein ganz, ganz spannendes Video. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst ein Like und Abo da. Letztes Video habe ich euch gesagt, schaffen wir 100 Likes und ihr habt 160 Likes geschafft. Einmal Applaus für euch. Einmal Applaus für euch. Ohne Spaß. Dankeschön, Bratens. Dieses Video-Challenge an euch. Schaffen wir 120 Likes. Schaffen wir, Bratens. Komm, im Kino. Packs ziehen, der ist es. Schreibt in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. An verrückten Orten oder wer unsere Packs ziehen soll, ja. Seid mal kreativ. Welche Video-Idee wir als nächstes nutzen werden, der wird dann natürlich auch namentlich erwähnt. Und gegrüßt, ich küsse eure Herzen. Viel Spaß mit dem Video. Lasst uns anfangen. Und am Ende sage ich euch, wie ich die beiden Filme fand. Vielleicht wollt ihr dann auch ins Kino. Lasst Kino nicht aussterben, denn Kino ist eine geile Sache. Einmal. Wir gehen rein in die Packs, Junge. Let's go. Wenn jetzt Mbappé kommt, Junge. Gegen Leiband springen. Let's go. Wir gehen rein. Erster roter Player Pick. Krisma. Krisma ist gut. Zweites Player Pick. Lasst ein Like und ein Abo da. Bevor ich ausrasse, einfach im Kino. Wir gehen rein. Casemiro 90er. Im Kino, joh. Yes, joh, yes. 90er Casemiro. Der ist es, Bruder. Wir gehen rein, Manna. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Brr. Es wird scheiße angezeigt. Wird scheiße angezeigt. Nix Pack. Uh, Impfen. Stark. Impfen ist gut. Ey, Bratans, guck mal diese Stühle. Du kannst einfach hochkucken, Bruder. Komm mal, Bruder. Hightech. Hightech, ja, Brute. Nix Pack. Komm mal, Baby. Oha, was lädt so lange? Oha, schade. Wären aber noch drin. Nix Pack. Wir haben noch drei Impfen im Pack gleich. Oh mein Gott, wenn da immer P kommt. Ey, was sind das für Spieler, Bruder? Junge Müll. Einfach Rewards im Kino ziehen. Ich glaube es nicht. Come on. 84er in dir die Kammer machen. Noch was dahinter? Leider nicht. Jungs, gleich 100k Pack. Oh mein Gott. 50k Pack. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Was? Was? 100k Pack. Wir stehen auf. Let's go. 100k Pack, Baby. Come on, Baby. Komm, gönn. Gönn, Junge. Suso. Stark, Junge. Oh, Trikot? Noch irgendwas? Irgendwas? Kovacic? Ja, kann man machen. Ist okay. Der Erste. Was ist der wert? Der ist nix wert. Freunde, wir kommen zum wichtigsten Pack, Alter. Lasst ein Like und ein Abo da. Dreier im vom Pack. Wir gehen rein. Mbappé, bitte. Bitte, Mbappé, bitte. La Kassette. Das ist der Arsch, Tigger. Choice Kino. Ich geh her. Hau rein. Bin der Arsch. Bin der Arsch. Freunde, das 100k Pack. Wir gehen rein. Falsche Position, essentiell Pack. Oh mein Gott, gönn. 100k mit Münzen. Mit Münzen, Bruder. Mit Münzen. Mit Münzen. Was ist das? Bitte, dahinter irgendwas. Alexander Trey. Was ist das? So eine Verarschung. Bruder, das ist das schlechtste 100k Pack der Welt. Mach das Pack nicht auf. Aber Kassette, wir haben mir gezogen. Bratans, wir haben hier noch so einen Spielerwahl. Ich weiß nicht, was das ist. Wir gehen einfach mal rein. Das sind ja Leihspieler. Ist das ein Dreckspack? Ich schwöre bei Gott. Wow, Bratans, was ein geiles Video. Mann, hat das mal wieder Spaß gemacht. Ich hatte auch ein bisschen Angst nach dem Film von Halloween. Es war auch einfach schon halb eins im Kino. Alle sind rausgegangen, Packs gezogen. Gerade Halloween noch geguckt. Wir sind reingeschlichen, du weißt doch. Nein, Spaß. Wir haben natürlich gerade gekauft. Ihr wisst doch, wie es läuft. Und wir kommen zur Bewertung von den Filmen. Also, Rheingold für einen deutschen Film. Die Biografie von Hattar. Ohne Spaß, Bratans. Ich glaube sogar, einer der besten deutschen Produktionsfilme, die ich gesehen habe. Ja, vier Blocks natürlich ganz weit oben. Dabei ist zwar eine Serie, aber sehr, sehr krass. Aber Rheingold war sehr krass produziert. Man hat teilweise gar nicht gemerkt, dass es ein deutscher Film war. Klar, man kann es nicht mit einem amerikanischen Film vergleichen. Aber das Level war schon sehr, sehr hoch angesetzt. Ich fand den Film sehr, sehr spannend und sehr gut aufgebaut. War ein bisschen zu viel Brat drin. Ein bisschen zu viel Hupen, das Wort. War auch sehr oft drin. Aber es ist ein geiler Film. Und am Ende wird es eventuell auch verraten, wo das Gold von Hattar ist. Ich will mich spoilern. Eventuell sagt er es. Also, den Film kann ich echt empfehlen. Da gehe ich echt mit einer 9 von 10, wenn wir es in deutschen Filmen ranken würden. 9 von 10 ist sehr, sehr stark. Also dafür kann man echt ins Kino gehen. Und das Kino war das erste Mal auch wieder voll. Denn ich gehe sehr, sehr oft ins Kino. Und ich habe lange nicht mehr so ein volles Kino gesehen. Es waren sehr viele Jugendliche da. Hat ein bisschen abgefuckt. Und es wurde auch geklatscht. Also, der Film war zu Ende und es wurde geklatscht. Und es gab es schon lange nicht mehr. Also, war cool. Und den Film Halloween habe ich letztes Jahr geguckt. Boah, der schlechste Film, den ich je gesehen habe. Aber dieses Jahr war er schon ein bisschen spannender. Ein paar Scary Momente waren auf jeden Fall dabei. Kann man sich geben. Würde ich mit einer 5 von 10 gehen. Muss man aber jetzt nicht unbedingt sehen. Also, Brattas, im Kino. Die Packs waren okay. Die Packs waren okay. Kasimira haben wir mitgenommen. Grisemar, ja, kann man machen. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, wo wir jetzt jetzt hingehen sollen. Lasst ein Like und ein Abo da. 120 Likes ist das Tier. Ich küsse euer Herzen. Lasst uns diese FIFA-Szene übernehmen. Ihr habt der Family auf der 1. Ich küsse euer Herzen. Mua!